Grüßen Sie zum heutigen Spiel aus der zweiten Fußball-Bundessiega. Wir, das sind Wolf Fuss und Frank Buschmann. Und ich bin ja richtig gespannt, was das heute gibt, Wolf. Heute heißt es Jan Regensburg gegen Union Berlin. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Schauen wir uns mal ihre taktische Ausrichtung heute an. Wir sehen hier die 4-4-2-Formation vorne drin, also zwei Stürmer. Aber auf die wird es heute ganz besonders ankommen. Ecke kommt. Das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Marc Leis. Trimmel. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Marco Grötner. Felix Groß. Fängt diesen Ball ab. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Gutes Take-Ning. So langsam wird es gefährlich. Sie bieten sich an. Da passt er auf, Ball geklärt. Das könnte gefährlich werden. Klasse Einsatz, aber kommt er auch an den Ball. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Trimmel. Da kommt der Pass auf außen. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Marc Leis. Wird es jetzt gefährlich. Und ich muss mich jetzt ganz offensichtlich korrigieren. Trimmel. Den Ball spielt er raus. Da kommt der Pass. Jetzt vielleicht. Und das ist der Ballverlust. Und jetzt gibt es die Eckball. Der Ball kommt rein. Oh, den müssen sie jetzt abhaken. Ja. Kein guter Kopfball. Harmlos. Und da verlieren sie den Ball. Klasse Pass jetzt. Polter. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Gutes Take-Wing. Polter. Marc Leis. Oh. Da kommt die Hereingabe. Sie machen nichts draus. Und das war die Chance zur Führung. Aber der Abschuss war einfach nicht gut genug. Jonas Niedfels. Ganz energisch. Abwehr hat aufgepasst. Jetzt wird es gefährlich. Marco Grötner. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Trimmel. Schrebski. Felix Groß. Ball ist zu lang. Das könnte der Gelegenheit werden. Da holt er den Ball zurück. Den Ball verlängert er per Kopf. Chance erst mal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Groß. Guter Pass. So machen sie das Spiel breit. Polter. Hereingabe. Ball kommt an. Was machen sie draus? Nee, der Lupfer war verunglückt. Ja, müssen sie jetzt abhaken. Aus so einer Chance müssen sie mehr machen. Gut gemacht. Der hat den Ball erobert. Das könnte die Chance werden. Es gibt Ecke. Die Ecke kommt. Schussversuch. Ja, das sah sehr gefährlicher aus. Aber der Ball ist erst mal weg. Das gibt einen Wurf. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Jetzt schießt er. Den Schuss verzieht er. Keine Gefahr für das Tor. Da ist der Ball weg. Jetzt könnte es gefährlich werden. Toller Pass. Jetzt vielleicht. Klasse gehalten. Zur Ecke abgewehrt. Der Ball kommt rein. Kompromisslos geht er da hin. Sehr gut. Er findet den Mitspieler. Das könnte die Führung geben. Den Ball hat er. Keine Tore zur Pause. Alle sind bereit. Die zweiten 45 Minuten stehen an. Das könnte gefährlich werden. Flanke jetzt. Und der Ball geht nicht rein. Aber was für eine Szene. Und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Strebski. Wird es jetzt gefährlich. Die Defensive steht. Marc Leis. Marco Gröthner. Klasse Einsatz. Aber er kommt auch an den Ball. Stark gearbeitet. Felix Groß. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Gute Aktion jetzt. Und er gibt da Vorteil. Gut hin. Der Freistoß. Klare Sache. Und jetzt ist der Ball geklärt. Tolles Zuspiel. Wird das? Und jetzt die Chance. Nee, nicht drin. Was für eine Chance. Schöner, platzierter Ball. Aber nicht platziert genug. Polter. Und das gibt Ecke. Sie bereiten einen Wechsel vor. So, Ecke kommt. Den Ball hält er. Klasse vom Torhüter. War gar nicht einfach. Der Kopfball war gut. Und jetzt bekommen sie die Chance. Jetzt die Flanke. Herr Reingabe kam gut, aber der Ball ist erst mal weg. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und jetzt ist der Ball erst mal raus. Es gibt Ecke und damit die Chance zur Führung. Die Ecke kommt rein. Ja, das sah gefährlicher aus. Aber der Ball ist erst mal weg. Ja, das ist dann doch harmlos. Ja, sowas müssen sie konsequenter spielen. Jonas Niedfels. Marco Gröthner. Jetzt müssen sie aufpassen. Sowas. Da zieht er ab. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Polter. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Das könnte die Führung geben. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Sehr guter Einsatz. Trimmel. Toller Pass. Knoll. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schrebski. Jetzt schießt er. Naja, das ist natürlich dann doch harmlos. Er versucht es mit dem platzierten Ball. Ist aber nicht platziert. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Marc Leis. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Und jetzt haben sie den Ball. Schönes Zuspiel. Jetzt vielleicht. Wir werden heute mit Toren nicht gerade verwöhnt. Endlich der erste Treffer. Und die Freude ist natürlich riesengroß. Schauen Sie sich diesen Jubel an. Und wie sich der Ball noch dreht. Das ist der Wahnsinn. Da denkst du, das Ding geht daneben. Aber der ist mit so viel Schnitt gespielt. Und geht ins Tor. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt wird's gefährlich. Ushida. Klasse Zuspiel. Und jetzt die Chance. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Und gleich noch ein Treffer hinterher. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Klasse Aktion. Ball ist weg. Das könnte die Chance werden. Polter. Guter Pass. Jetzt vielleicht. Klasse gehalten. Bei ihnen wird's jetzt eine Auswechslung geben. Andreas Geipel. Sie kommen nicht so richtig durch und passen die Taktik jetzt an. Jetzt wird verstärkt auf lange Bälle gesetzt. Okay, jetzt könnte es hier nochmal richtig... Da kommt der Pass. Achtung jetzt. Und jetzt die Chance. Nein, kein Tor. Das war zu schwach. Und das war eine Riesenchance. Da hatten ja eigentlich alle schon den Torschrei auf den Lippen. Kreilach. Weg ist der Ball. Schöner Pass. Das könnte eine Gelegenheit werden. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. Drei Minuten. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Er lässt sich den Ball nicht abnehmen. Salah. Gutes Tickling. Der Schiedsrichter pfeift ab. Das war's. Völlig verdienter Sieg. Und auch spielerisch haben sie heute überzeugt. Drei Minuten. Drei Minuten. Die Nacht. Die Nacht. Drei Minuten.